Mein Vater und mich verbinden viele Dinge, die Lust am Reisen, das Filmen, aber auch die tägliche Einnahme zahlreicher Medikamente. Die Medikamente können die Symptome lindern, aber sie können auch schwere Nebenwirkungen haben. Ich war in den Medikamente für ein lange Zeit. Und die Nebenwirkungen waren schrecklich. Depression, Schmerzen, Schmerzen, Störungen, Ohnein, Krampfanfälle, Atenung, Verwirrtheit. Ich habe angefangen, mich zu denken, vielleicht werde ich mich einfach töten. Ich fühle mich wie im Gefängnis. Und ich will ausbrechen. Es gibt Dinge, die Oster-Medicine nicht offert. Du musst das Körper detoxen. Und dann hatte ich noch einen Anfall. Es gibt keinen Test, der mir die Sicherheit geben könnte, dass das, was ich tue, auch wirklich wirkt. Es ist nicht eine einfache Reise. Wir haben nicht den ultimaten Kontrollen unserer Besten. Und entweder Sie sich definieren oder Sie nicht. Und ich wähle nicht zu. Ich habe nichts zu verlieren und alles zu bekommen. Du sagst mir, ich werde sterben. Ich denke, ich werde mich schrauben. Ich werde mich schrauben. Das ist für mich Quacksalber. Kostet alles Geld und bringt gar nichts.